Kann man eigentlich auch Kappen basteln, die extrem schnell gehen? Dieser Frage werden wir uns heute widmen. Hallo und herzlich willkommen bei Mendy's Bastel Shop. Hier ist Mendy. Wir probieren heute einmal Alkoholperl aus. Mal gucken, ob das zusammenzieht. Und da habe ich hier einen Hali-B-Stemmel. Die Bastel-Stanze, das habe ich mir schon mal ausgestanzt, weil ich ja clever bin. Und du siehst das alles wieder im Schnelldurchlauf. Bis dann! 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 Bis dann!